Privet was geht, Cookie Breed 2 am Start der Weltbeste Kanal, scheiß auf Cookie Breed, scheiß auf alle anderen Kanäle, abonniert nur mich, Cookie Breed 2, der Weltbeste Kanal, ich wollte euch was sagen, deshalb weiß ich das Video, ich hab immer ne Botschaft, immer wenn ich die Kamera anmach, hab ich eine Botschaft, ich bin Missionar, ich bin auch euer Freund und Helfer, die heutige Botschaft, der wird gleich kommen, der wird gleich wieder da sein, ich muss euch was abspielen, schnell, das ist meine Botschaft für heute, oh Gott, oh Gott, er wackelt schon an der Kamera, Cookie Breed ist gleich da, schnell, hört ihr es, hört genau zu, hört dazu, hört dazu, ich scroll durch den Song, schnell, oh mein Gott, er kommt immer näher, er kommt immer näher, Das war ein Preview vom Tracer the Buck Album, vom zweiten Album, was noch nicht da ist, ciao, besser war ging nicht so, ey, Cookie Breed 2 ist übrigens nicht crappy, jeder der sagt, das ist crap, der ist selber crap, der ist selber crap und isst auch crap, morgens und abends und mittags manchmal auch und vergisst dabei die Zähne zu putzen, crap eater, meh, okay, krieg noch ein bisschen was, das reicht, ciao, bis zum fucking nächsten Mal, haha